Erdöl ist ein in der oberen Erdkruste eingelagertes, hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen bestehendes Stoffgemisch, das bei Umwandlungsprozessen organischer Stoffe entsteht. Das als Rohstoff bei der Förderung aus Speichergesteinen gewonnene und noch nicht weiter behandelte Erdöl wird auch als Rohöl bezeichnet. Obwohl Erdöl bereits in der Antike genutzt wurde, begann die systematische Erschließung des Rohstoffs erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Deutschland fanden erste Bohrungen 1856 und 1858 in Norddeutschland statt. Bekannter wurde die Bohrung nach Öl, die Edwin L. Drake am 27. August 1859 am Eukrieg in Titusville durchführte. Erdöl ist ein fossiler Energieträger und dient zur Erzeugung von Elektrizität und als Treibstoff fast aller Verkehrs- und Transportmittel. Wichtig ist Erdöl zudem in der chemischen Industrie, es wird zur Herstellung von Kunststoffen und anderen Chemieprodukten benötigt. Daher rührt unter anderem die Bezeichnung schwarzes Gold wie auch die Bedeutung von zumeist politisch bedingten Ölkrisen für die Weltwirtschaft. Allein in den Jahren von 2000 bis 2009 wurden weltweit etwa 242 Milliarden Barrel, ein Barrel entspricht ungefähr 159 Liter, gefördert. Die IE ergibt für das 1. Quartal 2015 einen Tagesverbrauch von 93,63 Millionen Barrel an. Dies sind 14.885.297.400 Liter täglich. Für das 4. Quartal 2015 schätzt man den Bedarf sogar auf 95,24 Millionen Barrel etwas über 15,14 Milliarden Liter täglich. Für das 4. Quartal 2016 wird der Verbrauch sogar auf 96,78 Millionen Barrel geschätzt. Dennoch besteht ein großer Überschuss an Erdöl auf dem Weltmarkt, der vor allem durch neue Fördertechniken verursacht wurde. Erdölfirmen wie BP gehören zu den größten Wirtschaftsunternehmen weltweit. Unfälle wie bei der Ölpest im Golf von Mexiko 2010 haben bedeutende Umweltauswirkungen. Erdöl Transportwege und deren Bewirtschaftung sind wie bei Nord Stream oder der Erdölleitung Freundschaftgegenstand von politischen Energiestreitigkeiten wie Basis von weitreichenden Wirtschaftsentwicklungen. Die Ölpreise sind wichtige Indikatoren für die Wirtschaftsentwicklung. Unter dem Stichwort globales Ölfördermaximum wird eine Erschöpfung der weltweiten wirtschaftlich ausbeutbaren Vorräte diskutiert. Marion King Hubert sagte in den 1950er Jahren den Höhepunkt der amerikanischen Erdölförderung korrekt für das Jahr 1970 voraus. 1974 schätzte er jedoch fälschlicherweise, dass man das weltweite Maximum bei gleichbleibenden Bedingungen 1995 erreichen werde. Wort Herkunft Von dem Babylonien stammt das Wort Neptu für Erdöl, das in der Bezeichnung Nafta gegenwärtig noch Bestand hat. Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass das Erdöl schon früh zu Beleuchtungszwecken diente. Die Babylonier waren es auch die wichtige Straßen und Zufahrten zu Kultstätten mit einer dünnen Asphaltschicht abdeckten. Die Verwendung von Bitumen war im Babylonischen Reich so allgegenwärtig, dass Hammurrapi dem Stoff einige Kapitel in seinem Gesetzeswerk 1875 v. C.H.R. einräumte. Dies ist die erste nachweisbare staatliche Regulierung von Erdöl. Das Wort Petroleum ist lateinischen Ursprungs. Petrioleum, Deutschstein oder Felsöl. Dies geht auf Entdeckungen der Römer in Ägypten zurück, wo sie in einem Gebirgszug am Golf von Sus Erdöl aus dem Gebirge austreten sahen. Angelehnt an Petroleum wurde Erdöl im Deutschen anfangs auch Berg- oder Steinöl genannt, bevor sich die heutige Bezeichnung im 18. Jahrhundert durchsetzte. Geschichte Erdöl ist bereits seit einigen tausend Jahren bekannt. Da es eine relativ geringe Dichte besitzt, die noch unter der von Wasser liegt, kann es beim Fehlen einer nach oben abdichtenden Gesteinsschicht aus größeren Tiefenemporen und Kluftraum von Sedimentgesteinen bis zur Erdoberfläche aufsteigen. Dort wandelt sich das normalerweise relative dünnflüssige Öl durch die Reaktion mit Sauerstoff und den Verlust leicht flüchtiger Bestandteile in eine, derartige Substanz, sogenanntes Bitum oder Asphalt, um. Diese Substanz war schon vor 12.000 Jahren den Menschen im vorderen Orient bekannt. Die Menschen nutzten sie unter anderem im Schiffbau zum Kalfatern. Durch Vermischen des Bitumens mit Sand, Schilf und anderen Materialien entstand eine Masse, mit der die Ritzen zwischen den hölzernen Schiffsplanken abgedichtet werden konnten. In antiken Griechenland war Erdöl unter den Namen Nafta, Naftas und auch als Öl Medeas bekannt. Letzt genannter Name geht vermutlich darauf zurück, dass man annahm, es sei von Medea für ihre Zaubereien verwendet worden, vor allem bei ihrer Rache an Jason. Die römische Armee nutzte Erdöl möglicherweise als Schmierstoff für Achsen und Räder. Im frühmittelalterlichen byzantinischen Reich wurde vermutlich aus Erdöl der Brennstoff für eine als griechisches Feuer bezeichnete Vorform des Flammenwerfers hergestellt. Als Steinöl, Bergöl, Bergfett oder Peteröle und in den Apotheken Petroleum und Oleum Petre war Erdöl mindestens in der frühen Neuzeit auch in Europa bekannt. In vorindustrieller Zeit wurde es bei der Zubereitung von Heilmitteln, Salben U.S.W. im Gartenbau zum Bekämpfen von Schädlingen und Ferner, zur Herstellung von Feuerwerk und als Lampanöl verwendet. Zur Erhöhung der Geschotzwirkung wurden Gewehrkugeln vor dem Einführen in den Lauf zusammen mit natürlichem Kampfer in ein mit dünnflüssigem Erdöl getränktes Tuch gewickelt. Als Startschuss der modernen Erdölindustrie gilt das Patent von 1855 auf die Herstellung von Petroleum aus Kohle oder Erdöl, das dem kanadischen Arzt und Geologen Abraham P. Gensner in den USA erteilt wurde. Hintergrund war die Suche nach einer preiswerten Alternative zu Valöl als Brennstoff für Lampen. Petroleum als Leuchtmittel blieb bis zum Aufstreben der Automobilindustrie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die wichtigste Verwendung von Erdöl. Heute ist Erdöl einer der wichtigsten Rohstoffe der Industriegesellschaft. Erdöl ist der wichtigste Energieträger sowie Ausgangsstoff für zahlreiche Produkte der chemischen Industrie wie Düngemittel, Kunststoffe, Lacke und Farben oder auch Medikamente. Entstehung Das meiste heute geförderte Erdöl ist aus abgestorbenen Meereskleinzelbewesen entstanden, wobei Aigen den mit Abstand größten Anteil an Biomasse gestellt haben. Die Erdölentstehung nimmt ihren Anfang überwiegend in den nährstoffreichen aber gleichzeitig auch verhältnismäßig tiefen Meeresbereichen der Schelfmeere. Dort sinken die Algen, die sich im lichtdurchfluteten Wasser nahe der Meeresoberfläche regelmäßig stark vermehren, nach ihrem Tod zusammen mit hohen Partikeln zum Meeresgrund ab. Wichtig ist hierbei, dass das Wasser nahe dem Meeresboden ruhig ist und sich nur sehr selten mit Wasser aus geringeren Meerestiefen mischt. Dadurch können sich in der betreffenden Meeresbodenregion leicht sauerstoffarme oder freie Bedingungen einstellen. Diese verhindern die vollständige Zersetzung der Algenbiomasse, ein Faulschlamm entsteht. So bilden sich über einige Jahrmillionen hinweg mächtige Sedimentfolgen mit hohem Anteil an organischem Material. Als Vater dieser These zur biotischen Entstehung von Erdöl gilt der russische Naturforscher Mikhail Vasiljevich Lomonosov. Er äußerte diese Idee erstmals im Jahre 1757 in einem Vortrag auf einer Konferenz der Kaiserlich-Russischen Akademie der Wissenschaften, der nachfolgend als Aufsatz veröffentlicht wurde. Umwandlung der Biomasse Bildung unkonventioneller Lagerstätten im Laufe weiterer Jahrmillionen werden die Biomasse reichen abfolgen. Durch Überdeckung mit weiteren Sedimenten und der kontinuierlichen Absenkung der Sedimentstapel in etwas tiefere Bereiche der oberen Erdkruste, erhöhten Drücken und erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen wird zunächst Wasser aus dem Sediment ausgetrieben und bei Temperaturen bis etwa 60 Grad Celsius wird die in der Algenbiomasse enthaltene organische Substanz in langkettige, feste in organischen Lösungsmitteln unlösliche Kohlenstoffverbindungen, die sogenannten Kerogene umgewandelt. Kerogentypi bringt für die Entstehung von Erdöl durch seinen hohen Anteil an Lipiden die besten Voraussetzungen mit, ist jedoch relativ selten, da er vorwiegend der Ablagerung in Sinn entstammt. Das meiste heute geförderte Erdöl ist stattdessen aus dem immer noch relativ lipidreichen Kerogentyp 2 hervorgegangen, der typisch für marine Ablagerungsräume ist. Ab etwa 60 Grad Celsius werden dann die Kerogene in kurzkettigere gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe aufgespalten. Die Erdölbildungsrate steigt bis zu Temperaturen von 120 zu 130 Grad Celsius weiter an und nimmt bei Temperaturen darüber wieder ab. Zwischen 170 und 200 Grad Celsius bildet sich vor allem Erdgas und kaum noch Erdöl. Bei Temperaturen von mehr als 200 Grad Celsius beginnt die sogenannte Metagenese. Es entsteht zwar weiter Gas aber kein Öl mehr, sondern ein fester Kohlenstoffrückstand. Die Umwandlung der Kerogene zu Öl und Gas wird auch als Reifung bezeichnet und ist in etwa mit der industriellen Verschwählung von Ölschiefer vergleichbar. Nur dass dort die Temperaturen höher und die Umwandlung verglichen mit den Zeiträumen, in denen Erdöl und Gas auf natürliche Weise entstehen, extrem schnell erfolgt. Bei der natürlichen Niedrigtemperaturreifung der Kerogene zu Kohlenwasserstoffen fungieren offenbar zudem die Tonminerale im Sediment als Katalysatoren. Der Temperaturbereich zwischen 60 Grad Celsius und 170 Grad Celsius, in dem vorwiegend Erdöl entsteht, wird als Erdölfenster bezeichnet. Dies entspricht im Regelfall einer Versenkungsstiefel von 2000 bis 4000 Metern. Der erhöhte Druck in der Tiefe sorgt außerdem dafür, dass der ehemalige Schlamm zu einem Gestein verfestigt wird. Somit ist aus dem einstigen Biomasse reichen Sediment ein Kohlenwasserstoff führender Tonstein oder, im Fall dass ein relativ hoher Anteil des Planktons aus Kalkalgen bestand, ein Kohlenwasserstoff führender Mergel oder Mergelkalkstein geworden. Solche feinkörnigen Gesteine, deren Kohlenwasserstoffgehalt auf einen ursprünglich hohen Gehalt an Biomasse zurückgeht, werden als Erdölmuttergesteine bezeichnet. Die meisten Erdölmuttergesteine entstammen dem Zeitraum von 400 bis 100 Millionen Jahren vor heute. Ein in Deutschland bekanntes Beispiel für eine stark Kohlenwasserstoffhaltige Gesteinsformation ist der etwa 180 Millionen Jahre alte Ölschiefer des Lias Epsilon, der in Süddeutschland an zahlreichen Stellen übertägig aufgeschlossen ist und der im Nordseeraum, wo er tief im Untergrund liegt, tatsächlich ein wichtiges Erdölmuttergestein ist. Mit Zunahme der Bedeutung der Erdölförderung aus Erdölmuttergesteinen durch Hydraulikfraktoring seit etwa dem Jahr 2000 hat der Begriff Erdöl-Lagerstätte eine Bedeutungsverschiebung erfahren. Während traditionell nur Anreicherungen entsprechender Kohlenwasserstoffe außerhalb ihres Muttergesteins als Lagerstätte bezeichnet werden, bezieht dieser Begriff nunmehr auch Erdölmuttergesteine mit ein. Letzt genannte werden als unkonventionelle Lagerstätten bezeichnet, weil die Ölförderung aus diesen Gesteinen mit althergebrachten Methoden nicht rentabel ist. Migration, Bildung konventioneller Lagerstätten Da die reifen, gasförmigen und flüssigen Kohlenwasserstoffe gegenüber den festen Kierogenen wesentlich mobiler sind, können sie, begünstigt durch ihre geringe Dichte und den Druck der auf dem Muttergesteinshorizont lastet, aus dem Muttergestein in ein über- oder unterlagerndes Nebengestein austreten. Ein solcher Austritt erfolgt jedoch in größerem Umfang nur dann, wenn es sich bei besagtem Nebengestein um ein Gestein handelt, das nicht, wie das sehr feinkörnige Muttergestein, durch die Kompaktion einen Großteil seines Porenraumes verliert, sondern eine relativ hohe Porösizid beibehält. Ab dem Austritt der Kohlenwasserstoffe in das Nebengestein, auch als primäre Migration bezeichnet, spricht man traditionell von Erdöl bzw. Erdgas. Innerhalb des Porenraumes des Nebengesteins wandern Öl und Gas dann aufgrund ihrer relativ geringen Dichte in Richtung der Erdoberfläche. Grundwasserströme sorgen hierbei auch für einen seitlichen Transport. Öl und Gas können auf ihrem Weg nach oben auf undurchlässige, weil gering poröse, Gesteinsschichten treffen. Sind diese Teil einer geologischen Struktur, die aufgrund ihrer Form eine weitere Wanderung auch in seitlicher Richtung verhindert. Reich hören sich Öl und Gas unterhalb dieser abdichtenden Gesteinsschicht an. Die entsprechende Struktur wird als geologische Falle bezeichnet. Solche Fallen entstehen beispielsweise durch den Aufstieg von Salzstücken. Das Gestein, in dessen Porenraum sich Öl und Gas dann sammeln, wird Speichergestein genannt. Die Wanderung von Öl und Gas nach ihrem Austritt aus dem Muttergestein in das Speichergestein nennt man sekundäre Migration. Hat sich im Speichergestein einer Fallenstruktur eine größere Menge Erdöl gesammelt, spricht man von einer konventionellen Erdöllagerstätte. In den höchsten Bereichen der Lagerstätte befindet sich aufgrund der geringsten Dichte das Gas. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Gaskappe. Unterhalb des Öl gesättigten Bereiches der Lagerstätte wird der Porenraum des Speichergesteins von dem Grundwasser gefüllt, das ohnehin im Porenraum von Sedimentgesteinen stets vorhanden ist und das von Öl und Gas aus dem Bereich der Lagerstätte verdrängt worden ist. Ein geringer Wasseranteil ist jedoch auch im Öl- und Gas gesättigten Bereich der Lagerstätte noch vorhanden. Dieses wird als Lagerstättenwasser bezeichnet. Da das gering pröse Deckgestein einer Erdöllagerstätte selten vollkommen dicht ist, können kleinere Mengen Öl und Gas von dort weiter in Richtung Oberfläche migrieren und dort austreten. Im Fall, dass Erdöl durch diese sogenannte tertiäre Migration an oder bis dicht unter die Erdoberfläche gelangt, entstehen Ölsande sowie Asphalt bzw. Bitumenseen oder im Fall reiner Gasaustritte, Schlammvulkane. Bei untermeerischen Gasaustritten kann sich bei geeigneten Bedingungen an diesen Stellen im Meeresboden Methanhydrat bilden. Nach Bildung einer Lagerstätte in einer Fallenstruktur kann das darin enthaltene Erdöl b. durch Absenkung des entsprechenden Krustenbereiches eine Erhöhung der Temperatur und damit eine Nachreifung erfahren. Dabei wird das Öl in Gas und Bitumen überführt. Wenn nachrückendes Erdgas in Öl gesättigten Teil einer Lagerstätte durchquert, kann dies zu sogenanntem Deasphalten führen, bei dem sich ebenfalls Bitumen in den betroffenen Bereichen der Lagerstätte bildet. Diese mit Bitumen angereicherten Bereiche werden als Tamats bezeichnet. Alternative Hypothesen zur Entstehung von förderwürdigen Erdgas- und Erdölvorkommen verneinen, dass diese in geologischen Zeiträumen aus sedimentärer Biomasse hervorgegangen sind, die deshalb auch unter der Bezeichnung abiotische oder abiogenetische Hypothesen zusammengefassten Ansätze gehen überdies davon aus, dass es sich bei Erdöl und Erdgas nicht um fossile Energieträger handelt, sondern um juvenile und regenerative Energieträger. Frühe moderne abiogenetische Thesen wurden im 19. Jahrhundert unter anderem von Alexander von Humboldt und Josef Louis Gelussack sowie von Dimitri Mendelier formuliert. Während Mendelier annahm, dass das Erdinnere aus Eisenkabet bestehe, das mit Grundwasser zu Kohlenwasserstoffen reagiere, postulierten Humboldt und Gelussack, dass Kohlenwasserstoffe aus vulkanischen Quellen stammten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich zwei Schulen unterscheiden, eine sowjetische bzw. russisch-ukrainische mit Nikolai Kutr-Giochev als Vordenker und eine westliche, die vor allem von Thomas Gold vertreten wurde. Beiden Schulen gemein ist, dass sie den Ursprung der Kohlenwasserstoffe im oberen Erdmantel verorteten, von wo aus diese entlang tiefreichender Störungen, wie sie beispielsweise in Grabenbrüchen auftreten. In die oberen Bereiche der Erdkruste einwanderten, während die sowjetische Hypothese postulierte, dass auch die langkettigen und komplexen Kohlenwasserstoffe des Erdöls im oberen Mantel gebildet würden, ging die Goldsthese davon aus, dass nur Methan dort entstünde und dass erst nach der Migration des Methans in höhere Krustenbereiche dieses teilweise in komplexere Verbindungen umgewandelt würde. Als Hauptargumente wurden von den Anhängern der abio-kentischen Hypothese vorgebracht, dass komplexe organische Verbindungen in frontritischen Meteoriten, die als Urmaterie des Sonnensystems gelten, nachgewiesen worden sind, wo sie nicht aus Biomasse hervorgegangen sein können, so wie das Erdöl in abbauwürdigen Mengen in kristallinen Grundgebirgsgesteinen vorkommt, in die es nur aus größeren Tiefen, nicht aber aus jüngeren, sedimentären Erdölmuttergesteinen gelangt sein könne. Hinzu kam, dass aus der Präsenz organischer Verbindungen in Chondriten und dem Nachweis geringer Mengen von kurzkettigen Enalkanen in ultramarfischen Gesteinen, geschlossen wurde, dass im Erdöneren ein stark reduzierendes chemisches Milieu herrsche, das die Bildung von Kohlenwasserstoffen generell erlaube. Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts wurde von der nächsten Generation der Verfechter der russisch-ukrainischen Hypothese zudem ins Feld geführt, dass einerseits die Umwandlung von Methan in länger kettige Enalkane nach den Gesetzen der Thermodynamik nur unter den Druck- und Temperaturbedingungen des oberen Mantels günstig sei, andererseits die Umwandlung sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen wie Kohlenhydrate, die Hauptbestandteile pflanzlicher Biomasse, in länger kettige Enalkane nach den Gesetzen der Thermodynamik generell ungünstig sei. Damit verwarfen sie gleichzeitig die Goldstiebgas-Theorie. Eine Arbeitsgruppe um Kutscherow gelangt zudem der experimentell Nachweis, dass Methan unter den Druck- und Temperaturbedingungen des oberen Mantels teilweise zumindest in kurzkettige höhere Enalkane überführt wird. Das vermutlich wichtigste Argument gegen die abiogenetischen Thesen ist, dass der obere Mantel sehr wahrscheinlich kein reduzierendes, sondern ein schwach oxidierendes chemisches Milieu aufweist. Das Mengenverhältnis der verschiedenen Kohlenstoffverbindungen in Fluideinschlüssen in Mantelgesteinen zeigt, dass Kohlenstoff im oberen Mantel, wenn nicht in Reinform als Diamant, dann weit überwiegend in Form von Kohlendioxid bzw. Carbonart vorliegt und dass er auch in dieser Form in die obere Kruste und an die Erdoberfläche gelangt. Überdies erfolgt der Transport des Kohlendioxids nicht als reines Gas bzw. Fluid, sondern stets gelöst in aufdringendem Magma. Die Präsenz wirtschaftlich förderbarer Kohlenwasserstoffvorkommen in Kristallingesteinen lässt sich mit modernen, erst in den 1990er Jahren entwickelten Modellen zur Migration von Fluiden in Krustengesteinen erklären. Hierbei spielt die Permeabilität der Kristallingesteine eine entscheidende Rolle. Ausreichend geklüftetes, relativ oberflächennaheliegendes Kristallin im Randbereich eines Sedimentbeckens kann demnach sehr wohl als Speichergestein geeignet sein für biogenetisch entstandene Kohlenwasserstoffe, die aus tief versenkten Muttergesteinen in zentraleren Beckenbereichen stammen. Auch besagt die biogenetische Hypothese, dass sich Erdöl und Erdgas nicht aus frischer, sondern aus bereits teilweise biotisch, teilweise diagenetisch veränderter Biomasse bilden sogenannten Kerogenen. Insbesondere in diagenetisch veränderten ursprünglich biomassereichen Marinsedimenten, den wahrscheinlichsten Kandidaten für Erdöl-Muttergesteine, ist das Verhältnis von Sauerstoff zu Kohlenstoff wesentlich kleiner als das Verhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff, so dass in diesen Sedimenten durchaus thermodynamisch günstige Bedingungen für die Entstehung von Kohlenwasserstoffen herrschen. Nicht zuletzt sprechen auch Isotopenverhältnisse für die biogenetische These. Der Vergleich der Delta-13c-Werte von Methan aus klarer biogenen Quellen mit denen von Methan aus knapp 1700 in Förderung befindlichen Lagerstätten erbrachte, dass wahrscheinlich nur 1% des Methans in den meisten Öl- und Gaslagerstätten nicht biogenen Ursprung es ist. Tatsächlich gibt es einige Beispiele für größere, teilweise sogar kommerziell interessante Ansammlungen nachweislich abiogenen Standener Kohlenwasserstoffe in der Erdkruste. Jedoch sind diese nicht aus dem Mantel ausgegast, sondern durch diagenetische oder metasomatische Prozesse direkt in der oberen Kruste entstanden. Für die von Kenny Kutscherow und einigen wenigen weiteren Wissenschaftlern vertretene Ansicht, dass Erdöl- und Erdgaslagerstätten primär das Resultat der vertikalen Migration juveniler Kohlenwasserstoffe aus dem Erdmantel in die obere Kruste, seien, und den daraus folgenden Schluss, dass Erdöl und Erdgas keine endlichen Ressourcen seien, dass sich weitgehend ausgeförderte Lagerstätten sogar wieder auffüllten, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017